Hallo zusammen und willkommen zum neuesten Dividenden Update. In diesem Video zeige ich euch meine erhaltenen Dividenden für den Monat März sowie die Investitionen in diesem Monat. Aber eins vorweg, es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Jeder ist für sein Geld und sein Handeln selbst verantwortlich. Die Ausschüttungen belaufen sich nun in diesem Monat März 2022 auf insgesamt 136,36 Euro. Die Dividenden bzw. Ausschüttungen kommen aus Aktien, ETF und einem Ried. Das Depot wird bei zwei Banken geführt, einmal bei meinem Hauptdepot der Consors Bank und meinem ETF-Depot bei Trade Republic. Aus den Einzelaktien bei einer Gesamtinvestition von 26.450 Euro erhalte ich eine Ausschüttung von 114,74 Die Anteile und Unternehmen könnt ihr dem Bild entnehmen, sowie auch bei den kommenden Bereichen. Der ETF von Vanguard schüttet im März einen Betrag von 16.58 aus, bei einer Investition von 5.120,08 Euro. Kommen wir nun zu dem Ried. Hier schüttet der Monatszahler Realty Income aus. Mit einer Investition von 2.000 Euro bekomme ich so einen Betrag von 5,04 Euro. Insgesamt erwirtschaften die zwei Depots im März somit ein passives Einkommen von 136,36 Euro. Da dieser Cashflow Monat für Monat steigen soll, wurde natürlich auch im März wieder etwas nachgekauft in Form von monatlichen Sparplänen. Im Konkreten waren das in Aktien im März 2022 524,97 Euro und in Wer schon mehr von meinen Videos gesehen hat, dem fällt auf, dass der Betrag in diesem Monat etwas kleiner ausfällt, da bedingt durch Kurzarbeit und mein neuestes Projekt mit crypto.com erstens weniger Kapital zur Verfügung steht und einiges an Kapital noch ins neue Projekt fließt. Hierzu wird es, sobald ich ungefähr weiß, wie es läuft, ein Update geben. Ich hoffe, euch hat die neue Auswertung für den Monat März gefallen und ihr konntet euch einige Inspirationen holen. Wer meinen Kanal gerne unterstützen möchte, kann dies mit einem Like und Abo für den Algorithmus gerne tun. Hierfür schon mal vielen Dank und wie immer viel Erfolg und bis bald!